Ich nehme am VDE Tech Summit 2018 teil, weil ich mich über die aktuellen Trends der Digitalisierung und Elektrotechnik informieren möchte. Ich denke dabei an Industrie 4.0, an autonomes Fahren, Mobilität der Zukunft, aber auch digitaler Zwilling, Predictive Maintenance und ich freue mich insbesondere auf Rundtischdiskussionen aus kleinen Unternehmen, Startups, großen Unternehmen, aber auch Forschung und erhoffe mir auch ganz neue Geschäftsmodelle.